Lässt die EU aktuell Menschen verhungern? Es ist tatsächlich eine Eilmeldung reingekommen und wir wollen uns die in diesem Video ansehen. EU kündigt Hilfe bei Weizenexporten Ukraine an. Ich persönlich kann jetzt schon sagen, es kommt viel zu spät, dass man sich jetzt darüber Gedanken macht, wie man die tonnenschwere Last an Weizen, die noch in der Ukraine lagert, jetzt ins Ausland verschiffen kann bzw. transportieren kann. Es herrschen natürlich einige Probleme und vor allen Dingen, warum diese Nachricht dazu führt, dass noch mehr Hungertote auf der Welt bestehen, das erfährst du wie immer, wenn du bis zum Ende dran bleibst. Teile auch diese Videos gerne, damit wir hier noch mehr Menschen in die Community holen und täglich ab 18 Uhr weitere Videos zur Verfügung stellen können. Die EU hat ja mittlerweile eine Milliardenverschuldung angekündigt, also auch die EU-Länder dürfen sich mal wieder für die Ukraine verschulden und ich persönlich bin auch der Meinung, dass man erstmal Hilfe leisten sollte, zumindest humanitäre Hilfe und Unterstützung leisten sollte, aber keine schweren Waffen. Es ist tatsächlich so, dass wir diesen Konflikt friedlich lösen sollten, diplomatisch lösen sollten und mir kann keiner erzählen, dass gerade mal nach acht Wochen bereits jedes Register und jeder diplomatische Ansatz verfolgt wurde und ich persönlich jetzt sehe, dass der letzte Schritt eben nur noch die Waffen sein können, also das sehe ich einfach nicht ein. Ich persönlich sehe es eher wie so eine Schallplatte, die einen Sprung hatte. Olaf Scholz hat bei den Gesprächen immer wieder nur gesagt, ihr müsst aufhören mit dem Krieg, ihr müsst aufhören. Ja, das hat jetzt ja überhaupt nicht funktioniert so richtig. Also man sollte sich dann doch noch etwas genauer mit den Zielen auseinandersetzen, sollte man sich an einem Tisch hinsetzen und sollte darüber diskutieren, wie man diesen Krieg überspringen kann und leicht zu den Verhandlungen kommen kann. Das aber nur am Rande. Die EU kündigt jetzt, wie gesagt, Hilfe bei den Weizenexporten an. Dazu muss man wissen, die Ukraine gehört weltweit zu den wichtigsten Weizenexporteuren. 20 Millionen Tonnen Getreide, mittlerweile gibt es auch Studien bzw. Rechercheartikel, die 25 Millionen Tonnen Getreide hier vermuten, sind in den letzten drei Monaten sozusagen in der Ukraine einfach auch nochmal dort liegend bzw. sind momentan auch in Gefahr. Die Logistikplattformen, die eingerichtet wurden, die hat man hier mittlerweile einfach nicht wirklich umsetzen können. Also diese ganzen Tonnen Getreide liegen dort einfach noch, ohne dass sie jemand nutzen kann. Und gerade auch, was das große Problem ist, keiner möchte so richtig hier der Spediteur sein, weil man natürlich keine Garantien aussprechen kann. Stell dir vor, du bist jetzt als Spediteur, als Logistiker dort in der Ukraine, musst das Weizen abholen und auf einmal schlägt eine Bombe ein und alle deine LKW-Fahrer sind einfach mal gestorben und auch deine LKWs sind futsch. Also dementsprechend ist das Ganze ein schwieriges Thema. Ich persönlich frage mich aber, warum hat man das jetzt erst angestoßen? Ich meine, man konnte doch schon in den ersten zwei, drei Wochen sehen, dass durch die kriegerische Auseinandersetzung, wo Russland eben noch nicht so weit außer in die Ukraine eingedrungen ist, dass der Weizenbestand eben schon in Gefahr ist. Und da sage ich mir auch, das hätte viel früher kommen müssen. Das wäre eine Unterstützung gewesen, statt sich über die schweren Waffen zu unterhalten, diese Weizenexporte voranzutreiben. Aber da ist man anscheinend nicht wirklich interessiert. Und eine Sache ist auch klar, mit jedem Tag, wo ich dieses Getreide dort liegen lasse, ist natürlich auch die Gefahr, dass es beschädigt wird durch einen Bombenangriff oder eben durch ein einstürzendes Haus oder durch einstürzende Lager natürlich sehr, sehr groß. Und deswegen ist meine Frage auch hier wieder, warum will die EU hier erst jetzt mit diesen Weizenexporten unterstützen? Das ist für mich erst mal ein Rätsel. Und eine Sache ist doch auch klar, wir wissen doch einfach, was auf der Welt momentan los ist. Die Weizenpreise haben sich noch nie so stark in die Höhe, sage ich mal, bewegt, wie in diesem Jahr. Also seit 2011 zumindest ist es der höchste Anstieg. Wir haben eine Vervielfachung teilweise auch an den Börsen. Und das finde ich sowieso eine Frechheit, dass jetzt mittlerweile Spekulanten auch nochmal über den Weizenpreis bestimmen, indem sie sozusagen Wetten abschließen, dass er langfristig weiter steigen wird. Das heißt, es wird momentan Profit mal wieder gemacht von den Finanzeliten oder eben auch von vielen Privatinvestoren, die eben keine Moral haben, mit dem Leid der Menschen. Und das ist das Traurige. Die EU müsste doch genauso wissen, mit jeder Sanktion gegenüber Russland und gegenüber uns macht man diese Situation nur weiter schlimmer. Wir riskieren hier eine weltweite Hungerkrise, nur um die Ukraine zu retten. Und jetzt aber, aber, retten wir die Ukraine denn aktuell wirklich mit den Sanktionen? Retten wir sie denn wirklich mit den schweren Waffen? Oder ist es eigentlich nur eine Kriegsverlängerung, weil eben der Krieg dann länger anhält? Das ist die eigentliche Frage. Ich persönlich sehe aktuell nur negative Konsequenzen, dass dieser Konflikt weiter so kriegerisch auseinandergesetzt wird. Und das ist meiner Meinung nach dann auch die Frage, ob man vielleicht doch hier kooperieren sollte und Russland zumindest hier ein paar Ziele gewährt und vor allen Dingen eben auch Putin eine Möglichkeit gibt. Das wäre doch mal eine Maßnahme, wie er sein Gesicht wahren kann und trotzdem eben als Art Sieger für sich persönlich sozusagen aus dieser Sache hervorgeht. Natürlich ist das ein Riesenleid, was in der Ukraine passiert. Aber das ist ja auch die berechtigte Interessenslage, dass die natürlich die NATO jetzt anstacheln und die am besten jetzt auch mit ins Boot holen wollen. Das ist uns natürlich auch klar. Ich meine, wenn wir Deutschland, wenn wir jetzt bebombt werden oder von Russland attackiert werden, dann würden wir natürlich auch alle Länder dafür begeistern, da eben gegen Russland jetzt vorzugehen. Aber eine Sache, und das finde ich sehr, sehr ekelhaft, wenn wir jetzt schon teilweise Politiker, teilweise Ökonomen davon sprechen, jetzt geht es gar nicht mehr darum, die Ukraine zu verteidigen, sondern jetzt geht es tatsächlich darum, dass wir Russland in die Knie erzwingen oder es werden teilweise Kriegsparolen ausgepackt nach dem Motto, der Feind, der ist schon komplett schwach, der ist schon geschwächt, der ist kurz vor der Pleite, jetzt haben wir sie und sie müssen jetzt dafür büßen, habe ich auch schon gehört in vielen Artikeln von Politikern oder das muss gerecht werden, das kann nicht ohne Sühne sein. Also es sind wirklich hier meiner Meinung nach schon sehr brandgefährliche Aussagen getroffen worden. Und wenn man sich Olaf Scholz auch ansieht, dann wird er immer mehr, sage ich mal, in diese Schiene gehen. Und Olaf Scholz ist mal wieder ein bestes Beispiel für einen deutschen Politiker, er war in den anfänglichen Wochen gar nicht mal so kriegstreiberisch. Also er war ja auch eher gegen die Sanktionen, er hat sich auch im Energiebereich eher gegen die Sanktionen ausgesprochen, gegen ein Embargo in vielerlei Hinsicht und natürlich auch gegen Waffenlieferungen. Und jetzt hat er wieder mal, man hat das Gefühl, wieder mal eine 180-Grad-Drehung gemacht und jetzt hört man ihn da schreien und kreischen in seinen Reden, was schon wie eben in der damaligen Zeit, kann man sagen. Und das ist persönlich für mich schon sehr schlimm. Also man tut aktuell wirklich so, als wenn man mit diesen schweren Waffen einfach was auslösen könnte beziehungsweise diese Krise lösen könnte. Wann hat das denn in der Krise funktioniert? Wann hat das in Afghanistan funktioniert? Wann hat das in Kuba funktioniert? Also es macht wirklich hier durchaus Sinn, nochmal diese Strategie zu bedenken. Was wird jetzt auf uns zukommen? Ich persönlich gehe davon aus, diese Krise wird sich leider weiter eskalieren aufgrund von den Sanktionen und aufgrund von Russland, dass einfach Putin hier keinen anderen Weg mehr hat, sich sozusagen aus dieser Misere zu ziehen, ohne sein Gesicht zu verlieren. Und das ist sicherlich nicht Putin zu unterstellen, dass er da, beziehungsweise Putin würde ich nicht so einschätzen, dass er das einfach gerne macht nach dem Motto, ach, dann habe ich halt aufgegeben, ist ja kein Problem. Weiß ich jetzt nicht. Also da kann sich jeder mal eine Meinung unter diesem Video mal reinschreiben. Und dementsprechend wird es weiter Hungertode geben, es wird weiter auch Weizenknappheit geben, auch in Indien. Und in China hat man jetzt ja schon Signale bekommen, dass die Weizenernten nicht so gut ausfallen werden. Also auch dort sollte man sich jetzt schon mal einen gesunden Vorrat aufbauen.